Trinder mehr gecountet will, weil man nicht erdrücken kann, obwohl man auch bei CC erdrücken darf eigentlich. Right. Right. Maner Lane. Hat man die Niederliste? Maner Lane. Das ist wie du f***ig spielst! Also die ist echt nicht schlecht. Du stehst erst 0-1? Erst. Ich würde nicht erwarten, dass ich 0-15 stehe. Ne, ich würde nicht erwarten, dass du 0-15 stehst. Vor allem nicht mit Trüner mehr. Aber ich hätte gedacht, dass du schon mehr als ein Tower damit hättest. Mit 0-15 stehen. Ich hätte halt erwartet, dass du mehr als ein Tower hättest mit 0-1 stehen. 0-15? Die du nicht hast. Guck mal, der Echo hat 2,5 Items. Ich habe ein Item. Und er kann mich nicht töten. Weil er scheiße ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es mit diesem Internet-Stick schon mal besser funktioniert. Ich gehe ein bisschen junglen. Hallo, bist du noch da? Nein. Was auch sonst? Warum frage ich dich überhaupt? Komm schon, das ist so behindert. Ich bin schon wieder weg. Es ist so scheiße schwul. Ich mache Autotecks an. Dann werde ich wenigstens Autoteck, wenn der mich irgendwie töten möchte. Sobald ich aufhört zu lecken, wird hier jemand in den Arsch gefickt. Habe ich irgendwo anders noch einen USB-Stick? Ich glaube nicht. Äh, USB-Stick genau. Und mein LAN-Kabel finde ich auch nicht mehr gerade. Er steht 11,5. Das ist einfach so unverdient. Ich hasse das. Er braucht halt 2 Skill. Ach, no ult needed. Wurdest du gehockt? Ja. Oh, eh mal. Okay. Alter. Warte mal, wir haben Jinx-Fam gewonnen. Wenn der Nautolips sie protecten kann. Warte mal, was war das denn für ein Echo-Ultimate? Ey, er hat es gerade gesehen, ich habe überlebt. Lol, ich habe mein... Ey, ich habe meine STRG-6-Zeichen nicht gefunden. Ich habe auf F5 gedrückt, auf F5 und nicht auf F6. Sorry. Alter, du hättest gerade sehen, dass du dich schon blitzen. Komm denn. Oh shit, verpisst euch. Oh shit, verpisst euch. Die ist da alleine reingekommen. Läuft in die Jumpers rein. Dann kommt Nautilus Hook. Dann kommt... Nautilus Ultimate. Oh shit, ich habe einen Team-Mate. Like WTF, die wurde ja richtig weggeweilt. Aber weißt du was ich nicht so verstehe? Ne. Warum ich disconnecte? Ich meine, wer... Ne, wer auch immer diesen Bonsi bei dir gemacht hat. Der hat ja schon schnell mitbekommen. Dass der immer nur benutzt wird, um zu schauen, wie man so in diesem Virus im letzten Endes irgendwie entfernt werden kann. Dass der nicht wirklich möglich ist. Lol, die war gar nicht mehr genock-upt. Das ist einfach so Bullshit. So, ich... Ich laufe hin, mache einen Auto-Attack und kann sie trotzdem noch vulken. Ich habe 1k Gold im Inventor. 2k. Ja, der ist ja richtig scheiße. Der Echo ist kompletter Bullshit. Der hat mich siebenmal getötet, wenn ich nichts dagegen machen konnte. Falls es dir mal aufgefallen ist. Das ist doch scheiße. Ich meine, ich würde es auch ausnutzen. Ganz klar. Aber dass er dann noch schreibt, ja, ich lege ja auch. Wenn ich ihn töte, dann... Nein, 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 nein. Holy Shit. Ja, ich merks. Verbunden gesichert. Ich bin doch verbunden. Wo ist das scheiß Problem? Beweg deinen Arsch ja so. Ich kann einfach... Ich kann mich nicht bewegen. Attempting to rehearse. Hörst du mich überhaupt noch? Ja, ja, klar. Schade ich noch. Du holst dich gerade ein bisschen aus. Attempting to reconnect. Ich nehme es dir ja eh auf. Von daher... Und irgendwie auch... Internet! Beziehungsweise... Wow. Jetzt reconnecte ich. Wo ich nichts mehr machen kann bei dem Teamfight. Ich kann versuchen... Du lebst sogar noch. Du läufst gerade in den Ecke. Fast. Ach, lebst du? Oder... Nein, ich lege gerade nicht. Wenn ich einen Disconnect hatte, dann bin ich so für ca. 20 bis 30 Sekunden safe. Pass auf, pass auf. Junge... Nein, nein, nein. Ich habe keine Leben. Ich kann nicht helfen. Sorry. Das kannst du mir glaube ich auch gut hier. Nein, komm! Poppy hat mich gegen die Wand geschlagen, sonst hätte ich es easy geschafft. Und ich habe meine Windhole gewesen, weil ich hätte gedacht... Ja, du hast gesagt... Also, dass du gedacht hast, das ist schon mal ein Fortschritt. Noch das mal in der Schule. Ich habe gedacht, die hätten es gewartet. Das habe ich einfach... Also, ich habe gedacht, dass der Blitzkrank nicht gleich halt hockt. Und dann... Windhole davor. Aber kam kein Huck. Und deswegen konntest du nicht die Belden ausdecken lassen, oder was? Und die haben halt... Tausend damage gemacht. Ja. So. Das ist ja ein Alfond heißt... dass dieINA in Indiasенко schlechtvidia was gab. Ich habe jetzt echt einfach verbiets sein, oder? Ich habe dann vorhin verbiets gegessen. Danke. Aber okay, wir fragen diesennden, doch für ein Frankreich. Aber ich habe eine região mit echt BDF, aber ich bin alles vorgen Vollrado. Ich habe zu einem Yeah! Ich habe das so extrem nudgen. Oh Laura, Devon ist läutig! Mit weakness. Schief Schief. Was ist deineilung? Lotte, die haben LRs. Das hast du anscheinend schon wieder vergessen. Ja, weil das eine Minderheit ist, soll ich mal behaupten. Und man darf sich aber auch über Minderheiten lustig machen, nach Chris Tall, weil man sie sonst ausschließen würde. Genau, weil man sich dann wieder nicht über die Lust machen würde. Kennst du überhaupt Chris Tall? Oh, ich hab sie getroffen, Juicy. Wollte er Flash-Hook vielleicht machen, aber es hätte ihm auch nichts gebracht. Wollte er vielleicht wirklich Flash... Immer Fragezeichen. Immer Fragezeichen. Ich glaube, er wollte Flash-Hooken. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen splittet. Ich kann einfach übel mit Keys poken. Warte mal, die sind auch split. Lol, ich wurde zurückgehauen. Und ich disconnecte. Verbunden, gesichert. Nicht mehr verbunden. No luck. Ja, der leckt die ganze Zeit nicht, der Lecken. Was machen die? Die gehen... Stimmt halt. Die könnten halt schon halb gefinisht haben. Ja, oder die könnten zumindest ein In-Hips geholt haben, so. Also irgendwie etwas gemacht haben. You can. Du meinst no shit. Jetzt machst du einen richtigen Smiley, den immer Julia macht. Den da? War das der richtig? Das ist der KYS-Smiley. Den hat er nur gemacht, weil die nicht die... Fick dich! Easy. Easy. Wart mal. No luck there. No luck. Alter, diese richtigen Sachen scheiße von... Junge, ich bin Yasu. Ich darf das. Oder? Das war auch wieder wahr. Ja, in einem gewissen Grad schon. Aber du darfst eigentlich nicht ein Fett schreiben. Was macht man nur? Wart mal, wart mal, wart mal. Mit Fragezeichen. Fokus. Und anderen Sachen. Ich hab den Draven Übel in die Chainsy-C gepackt. Oh, 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 oh. Warte, ich glaube, er verbrennt noch. Okay. Ich bin vermeint. Oh. Ja, danke. So verdient, dass wir es gewinnen. Der Draven ist halt nix gedutscht. Der ist in die Ch... Er ist in die Chumpers gelaufen und danach Insta genockert worden von mir, weil es halt easy war, den zu treffen. Wart mal, wir können da gerade recht wenig... Oh, shit. Jungs! Ich hab hier 10 Jahre geclankt. Ja, aber wir wollten nicht... Wir wollten nicht heben gehen, Junge. Wir wollten... Ich geh immer heben. Ich esse auch heben. Lol, das heißt nicht mehr Atmen, sondern Bonzi. Easy! Why is this game so easy? Finish, doch. Können wir nicht. Die Poppy schlägt mich an die... Disconnected. Drei Sekunden später bin ich disconnected, Alter. Wäre ich vorher disconnected, wäre ich einfach Insta-Rip gewählt. Lol. Ich bin noch am recallen! Hallo? Noch da? Ja, ja, klar. Ich war gerade beim recallen und auf einmal war ich in der Base immer noch am recallen. Ich bin fucking pissed! Ich habe 8 Tode wegen Disconnects. 8! 8 Stück! Ich hab nur 9! Was ist? Ich habe nur 0 Schaden gemacht. Ich mache halt eine Queue und mache mehr Schaden als du in deinem ganzen Leben. Ich habe halt nicht mal viele Damage taken. Ich habe einfach nur... Towers. Und CS hier alles schon. Farm, Farm, Farm. CS ist echt ganz nice eigentlich. Ja klar, ich kriege halt ja durch Gold am Mars, aber... Das war's dann auch schon wieder. Alter, das Game ist einfach so easy. Kill no legs, ja. Alles meins! No legs. Das hätte mein Panther sein können. Warte mal, wir können finishen. Nee, echt. Ich komme schon die ganze Zeit. Easy. Kann ich eigentlich mit meiner Ult auch, äh, Base Power Diven? Nein. Nee, kann ich nicht. Nein. Er steht 5, 2 und schafft es nicht, mich zu töten. Ich stand 1, 3 und hatte meinen scheiß Phantom Dancer. Ach komm, lass den Arm nehmen. Ich bin ja jetzt auch gleich nicht off. Ich habe auch keinen Bock mehr nach dem Game. So, plus 21 LP. Ich habe jetzt 15 LP, okay? Ich habe nur plus 18 bekommen. Für Most Damage in Game, A-. Was? Tilted. Sieh, ja. Wie viel hast du, wie viel LP jetzt? Fuck this game!